FIFA Willst du klatschen bekommen oder nicht? Du Willst du? Du hol 50 Euro 500 Wie nimmst du? Barcelona Merci Ok Ich nehme PSG Alles klar Endergebnis wird gezeigt Warte, steht jetzt hier wie Scheiße? Nein Scheiße Schau wie Scheiße Ja Tessa Wie ist Tessa Wer ist du? Ok 100 Euro Nein 50 So, legendäre Spiel geht los Schau einfach Schau einfach Schau einfach Wo ist er? Warte, warte Der King kommt Der ist zwar klein aber King Wo? Warte doch mal kurz Du weißt Ich Sowieso ich bin auch Barca Fan Ja, ja Aber Weil sie spielen nicht Nein, nein Wo ist er? Der ist zu klein Was sieht er dich? Nein, nein, nein Wie klein Hast du gesehen? Ja Aber einfach Der King Guck, 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 guck Der Baba Leute, wenn man nicht mehr weiß wie man spielt Dann macht man diese Fehler Guck jetzt Guck mal, warum machst du das? Ich war doch schon durch Ja, aber ich hab doch Barbe gemacht, Bruder Ich schwör, ich will grad 3-1 hinten Also 3-0 war ich hinten Aber ich hab ein Mann weniger, ne? Ein Mann ist der Ich schwör, dass dieser Tor Ja, Bruder, ich hab grad nicht aufgepasst Guck, 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 guck Was? Nicht aufgepasst Wo bist du? Drei Doppelpässe, Mann Drei Doppelpässe, guck mal Oh mein Gott 2-0, guck, 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 guck Es trifft Guck, 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 guck Ich hab grad Fehler gemacht, Bruder Fuck, Alter Böck, guck, guck Okay, Alter Ich hab mich schon aufgeregt Ich bin Mein Lieber Ich bin Ich bin Komm jetzt 100 Du wirst deine 40 40 40 40 100 Also dann bist du 100 Euro minus Ja, egal Okay, Alter Einfach Ederhalb von Sekunde Von Sekunde Von Sekunde Warte, warte Aber wie kam der? Komm, komm, komm Aber der hat Glück reingepacht Po 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 Pah Ich will euch nur damit sagen Alle die wetten Wettet erstmal 50 Euro Sehr gut Verliert den Aber dafür macht die 50 Euro Floss Wie ist die? 100 Euro minus 50 Euro minus Ja So macht man Geld Bra Gib mal die 100 Warum lachst du? Wallah Wie heißt das? Wettschulden Sind Ich geb dir mal Wer noch? Das sind 50 Ich will 100 Ich bin 100 Ich bin 100 Ich bin 100 Wir haben nur zwei Spiele gespielt Heute wird gut gegessen Auf, auf, auf Heute wird gut gegessen Was, ein Steak? Was kostet so ein Steak? Ich hab keine Ahnung 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 Heute glaube ich Essen wir Steak oder so Egal, dann zahl du heute wenigstens Oder ich hab mal alles Buchwort Das ist für mich DG Dankeschön Du hast mir heute 50 Euro gemacht Huah Hallo Einmal Aspirin Äh 500er Ja Einmal Einmal Bitte 8 Stück 120er 20er Jetzt wird erstmal dein Vater ausgegeben Wah, wah, wah Ich hab auch noch zwei zu bringen Ich mache sehr Da ist jemand was am Ausgeben 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 Was hast du da drauf stehen? Sasan? Mein Bro Sasan Mein Kuseeeack Nummer 1 Mac Sunday Und Pommes Pfff 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 Vielen Dank.